S60 Stachel rochen Ehm, schnell schauen, ob man es auf YouTube findet Die Übertragung wurde beendet WTF? Die Einladung bekommen, dann ist Jetzt gesagt, die Übertragung wurde beendet Gib mal ein COD BO4 Schrägstrich Pack Opening Und dann machst du live Du findest nichts Ficken euch Laufen sie schon? Ja Ja, sollte eigentlich Also looten Also ich bin jetzt gerade live Per Whatsapp Ja, ich habe dich doppelt irgendwie Ja, weil ich meinen eigenen Livestream gerade am schauen bin, richtig selbstverliebt Ah, Swiss German würde ich mal sagen Ah, was sagst du wenn du drin bist? Ah, ich habe eine Wartung gesehen Ja, ich habe einen Link geschickt So Boah, weisst du wie geil jetzt sind Ich habe jetzt einfach aus der zweiten Kiste gerade noch einmal eine Waffe So Havelina oder Locus wäre geil So Havelina oder Locus wäre geil Ja, fick dich selber Ja, fick dich selber Wie kommt das denn dabei? Du weisst schon, solche Sachen solltest du nicht schreiben Ja Und wer kontrolliert das jetzt, Gast? YouTube kontrolliert alles Alter, erste Kiste aufgemacht, gerade Waffenzock und jetzt nur noch Bullshit oder wie? Ist das schon möglich? Wieso gibt es so viel Scheiss-Track, Alter? Richtig traurig Ja, wow, Skin Ich spiele eh nie ein Nomad Alter, duplikatfreie Kiste und ich bekomme ein Duplikat raus Ja, ist klar, oder? Äh, okay Noch alle Kisten? Ich muss sagen Die Leute haben wieder mal echt etwas verstanden Das sind doch normale Kisten, wenn ich mal richtig schaue Nein Das sollte eigentlich nicht Wo? Das ist eine Reserve Alter, willst du mich verarschen? Ah Kein Wunder bekomme ich nur Bullshit raus Kein Wunder bekomme ich nur Bullshit raus Urlaubs-Hatzen Jetzt sind wir ernst Ja, wow Und Skin Ah, ich hab Skin für Blackout und ich spiele ja so oft Blackout Geh mal Ja, ich bin voll der Blackout-Suchte Spielst du nicht anders? Ohhhh Dankeschön Spielst du doch nur Blackout? MK2, Alter Schon wieder eine MK2-Version Ja, jetzt spielst du nicht anders Alter, drei Duplikate in einer Kiste Alter, drei Duplikate in einer Kiste Warte, komm gib mir noch etwas Schönes Ich will die Locus, bitte BOOM Ich habe sie Ja Ja Schön Oh, ich freue mich gerade wie ein kleines Kind Ja, die Locus ist geil zum Spielen Jetzt fehlt mir nur noch die Havelina Ja Alter, nicht im Ernst S6 Stachelroche, MK2 Ich habe gerade noch einmal bekommen Genau den, den du vorher bekommst, gell? Ja Alter, jetzt die neuen Sniper und Dings M16 Und äh Ah, die Armbrust Hier habe ich alle Waffen BOOM Armbrust Und jetzt die neue Sniper Ja Ah, schade Nein, Kiste Nein Wir haben es als Huren hinterher Hier habe ich eine schöne Skin Für 6 Duplikat freie Kiste Für welchen ist der Skin? Für Nomad Spülst du Nomad? Würde man sagen Äh Firebreak Firebreak Ja, ja Würde man sagen Ist gegönnt Ist gegönnt Ist gegönnt Sag ist ja 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 Ah, nein Das brauche ich nicht Soll ich mir noch das gönnen? Ja Ja Feel the groove Ja Ja Mann Wtf Wtf Let's rave it bitch Ja Schau Glück Halt, den Nächsten musst du reinziehen Oh Pfff Der Dritte, oder? Wunderschön Ja Ziemlich wild Ja, Alter Immer die Immer die gleiche Immer die gleichen Soundtracks Irgendwie richtig traurig Also komm Öffnen wir die nächsten 10 Kisten Die haben wir heute für 45 Kisten geöffnet Und äh Da bin ich zufrieden Oh, das wäre jetzt so schön, würde ich jetzt noch die Havelina rausziehen Diesmal sind sie äh duplikatfrei Ja Das wäre jetzt so schön, würde ich die Havelina rausziehen und Und Die M16 Da habe ich alle Waffen Komm, gib mir bitte Komm, bitte Gib mir die schönen Waffen Gib mir die neuen DLC Waffen, komm schon bitte Das gibt es Ah Und Ja Oh Dort nicht so ansozial kommen Du musst schaue In den letzten zwei Kisten bekomme ich Havelina, AA50 oder M16 Nein In den letzten Kisten bekommst du gerade alles Das wärs noch Letzte Kiste Was bekommen wir? Schrott Schrott Das gibt es für SWAT RFT Gerade reinziehen, Alter Gerade reinziehen Gerade reinziehen Nein, jetzt nicht unbedingt Schott Ah, gehen wir gerade die neuen Waffen anschauen, hä? Ah Sehen die mal so schlecht aus Ah Sehen die mal so schlecht aus Ja Mk2 Version Ohne ohne Ah ja, die Stachelroche sieht nicht unbedingt der Burner aus Ja, ist ok Und jetzt Uuuuh So, eine schöne Flinte So schön So schön So schön So schön Und da haben wir Da haben wir Stopp Schild meine lieben Leute Haha Und die Armbrust Achso, ja das ist auch noch geholfen Oh So schön Jetzt habe ich die Armbrust auch Wäre jetzt schon wieder keine Lust auf den Scheiss Spezialisten, was haben wir da alles für Scheiss Dreck bekommen? Müll Jetzt kannst du ja schnell durchschauen, kannst du ja auch einfach alle Hörchen wegmachen Oh Oh Wann habe ich diesen bekommen? Der ist geil Der wird gerade eingesetzt Was? Wann? Wo? Geil Gehen wir mal auf den Stuhl gehen und chillen Nice Sieht böse aus Was? Das müssen wir heute machen Überfall Aber Wir gehen ins Zombie und machen mal einen Zombie-Live-Stream Ja Ja Also was haben wir für Zeit? Ist eigentlich ziemlich Ich kann mal gut dabei treten Scheiss egal Egal was wir für Zeit haben Wir machen jetzt da gemütlich Ja das Das ist noch allgemeine Dinge Das ist eigentlich noch gemütlich Also was müssen wir fördern Zombie-Belly-Meth Tour durch Voyage of Despair Wie ein Miniboss Erreichen sie 15er Miniboss Abschüsse 20 Runde Spiessrute Lauf Oder was ist das g'se? Tagesmission Uah Also Ich tue sofort bei 30 Moment Ich mache keinen Livestream mehr Schiess mich auch Jetzt Übertragungseinstellungen Ich tue mich Wenn du 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 Du